Gell, Herr Rommel, kochen kann eigentlich jeder. Der eine hat ein bisschen besser und der andere hat ein bisschen schlechter. Cut! 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 Willkommen zurück. Hallo. Heute kochen wir eine Auberginenlasagne. Hat sich wie immer die Sophie gewünscht. Mal was Vegetarisches. Ist relativ einfach, wie alles was wir machen. Voll. Wir starten mit Auberginen. Und zwar, wir schneiden den Strung hier weg. Und dann wird die Auberginen einfach nur in Scheiben geschnitten. Das heißt, lange, gleichmäßige Scheiben. Und vom Prinzip her, wenn wir das jetzt alles geschnitten haben, große Pfanne, bisschen Olivenöl in die Pfanne, Knoblauch dazu, Thymian und dann ganz wichtig, schön anbraten. Die Auberginen schmeckt nur, wenn es eine schöne Farbe hat. Schön braun, bisschen Salz dazu. Dann holen wir es aus der Pfanne raus, tun es ein bisschen abtropfen auf dem Zehwar. Und das ist die Grundlage unserer Auberginenlasagne. Wie man das hier vorne sieht, haben wir da schon ein paar vorgebraten. Weil es jetzt einfach einfacher geht, das zu zeigen. Wie gesagt, Olivenöl, bisschen Knoblauch, Thymian in die Pfanne. Anbraten, goldbraun, einmal drehen, selbe Spiel von der anderen Seite. Trocken legen. Und das war es schon. Dann haben wir eine Tomatensauce gekocht. Haben wir natürlich rezeptiert. Wie man halt eine Tomatensauce kocht, klassisch. Bisschen Wurzelgemüse, Zwiebeln, Knoblauch, Dosentomaten mit dazu. Dann haben wir ein bisschen Thymian mit dran, ein bisschen Basilikum ausziehen lassen. Und es soll eine kompakte Tomatensauce sein. Die darf nicht zu flüssig sein, weil sonst fällt uns später diese Auberginenlasagne auseinander. Das wollen wir ja nicht. Wir wollen eine schöne, kompakte Lasagne haben. Geriebener Parmesan und Basilikum. Der kommt auf zwischen jede Schicht. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal an, die zu bauen. Ich bin gespannt. Du startest mit Auberginen, eine Schicht Auberginen einlegen. Schön beieinander alles? Genau, so dass es sich so ein ganz bisschen berührt. Und dann einmal reihum. Eine Schicht Auberginen. Man kann das halt super vorbereiten. Das hält ohne Probleme. Drei bis vier Tage. Im Kühlschrank, wenn man es abgedeckt lagert, kann man dann immer so ein Stück raus schneiden, wie man es gerne hätte, sich das warm machen im Backofen und ist eine relativ schnelle Nummer. Wenn man natürlich Auberginen mag. Wenn man Auberginen mag. Man kann das auch mit Zucchini machen, Paprika. Also das geht in allen Varianten. So, erste Schicht wunderbar. Dann geht es weiter. Und zwar drücken wir das noch an, damit es sich so ein bisschen verbindet. Dann kommt die Tomatensoße. Kannst du mal ein bisschen runter drehen, die ist jetzt gut. Und zwar auch nicht zu viel. Wie gesagt, wenn wir zu viel Tomate dran machen oder zu viel Flüssigkeit dazugehen. Ja, läuft es auseinander. Dann wird es einfach zu, nicht zu wässig, aber eben nicht so kompakt, wie wir es gerne hätten. Wir verteilen das ein bisschen mit dem Löffel. Das reicht auch schon. Weil wir machen hier mehrere Schichten. Das heißt, da kommt ja auch noch ordentlicher Schwung Tomate mit dran. Dann, so, Basilikum schön drauf. Dasselbe Spiel wie gerade eben. Eine Schicht komplett mit Basilikum. Nimmst du mir den? Eine Schicht Basilikum. Ich sage, da ist jetzt auch viel Spielraum drin. Wir können da Petersilie benutzen. Und wir können gezupften Thymian zum Beispiel reinmachen. Also je nachdem, auf was man da kräutertechnisch Lust hat. Das ist halt Geschmackssache auch wieder. Aber klassisch macht man es mit Basilikum. Zack, zack, zack. So, Basilikum-Schicht. Sieht gut aus. Jetzt machst du hier noch zwei Blättchen. Jetzt kommt der Parmesan. Der Parmesan hat zum einen die Funktion natürlich der Geschmack, aber er verbindet jetzt das Ganze auch, sodass es halt später, wie gesagt, schön kompakt wird. Der schmilzt, der schmilzt, der hält das ein bisschen zusammen, alles. So, das reicht. Und was machen wir jetzt? Auberginen. Auberginen. Dasselbe Spiel, bis wir eben ganz oben angelangt sind. So, Sophie, wir sind soweit mit unserer Auberginen-Lasagne. Ja. Wir haben alles schön geschichtet bis oben hin. Die letzte Fuhre war unser Parmesan. Ja, damit es dann jetzt schön goldbraun backen kann im Öfelchen. Schöne dicke Schicht. Schöne dicke Schicht, Parmesan. 140 Grad, 25 Minuten. Das ist jetzt dein Part. Auf geht's. Herr Rommel, wie sieht's eigentlich aus? Ich hab Hunger. So. Siehst du, unsere Auberginen-Lasagne. Schön goldbraun. Sieht sehr gut aus. Wunderbar. Kleines, gieriges Ding. Jetzt holen wir die gleich hier raus und dann darfst du auch was Schönes essen. Perfekt. Und? Wie ist es? Sehr gut. Das denke ich mir, dass es sehr gut ist. Also denk dran, jeder kann kochen. Der eine halt ein bisschen schlechter und der andere ein bisschen besser. Viel Spaß. Ich verstehe nicht, was sie meinen. Tschüss. Tschüss.